So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Flam. Wir waren gestern in Bergen und bei der geschlängelten Strasse hier. Wir sind jetzt gefüllt beim 20. Wasserfall. Wir haben wieder ein paar Videos gemacht. Wir blenden jetzt eine kleine Slow-Motion-Aufnahme hin, damit sich eine spannende Umschuld. Und ja, wir gehen jetzt weiter Richtung Flam und schauen, was wir dort alles machen. Flam, was am Weg? Flam. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Neben dem Fluss, heute gibt es jetzt noch Tortillas und Kühe kommen uns auch schon besuchen und auf der anderen Seite sind die ganzen Schäufe. Die Schäufe werden wahrscheinlich nicht vorbeikommen, Kühe schauen wir jetzt noch. Und danach fliegen wir noch ein bisschen mit der Drohne und geniessen die Arbeit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.